So, wunderschönen guten Morgen oder schönen guten Tag, je nachdem wann ihr das Video seht. Wir kommen mal schnell zur Auflösung von Abonnent der Woche und Video der Woche. Und gewonnen hat, ihr seht es hier im Hintergrund schon, Battlefield 1, Folge 1, bis zum letzten Mann. Und der Gewinner ist der Ultimate Game Freak. Und liebe Grüße an dich. Also wir haben jetzt von allen, die mitgemacht haben, haben jetzt ausgewertet, wer denn den Hashtag VDW oder Hashtag Gewinner Video eingegeben hat. Und dann unter dem Ganzen nochmal aussortiert, wer am meisten kommentiert hat. Um eben das Ganze, sonst schreibt ja jeder einmal und hat ja jeder gewonnen. Aber das wollen wir ja nicht, wir wollen ja, dass einer von euch gewinnt. Obwohl ihr ja irgendwie alle Gewinner seid, ihr seid ja die Besten. Also Ultimate Game Freak, Dankeschön. Und diese Woche bist du der Abonnent der Woche von Absturzock Let's Play. Und nächste Woche schauen wir mal, wer es dann wird. Also, ihr wisst Bescheid, sucht euch ein Video aus von heute bis nächste Woche, einschließlich Montag. Schreibt dann einfach unter das Video, was euch am besten gefällt, ein Hashtag VDW oder Hashtag Gewinner Video oder beides. Und dann, ja, mit ein bisschen Glück, wenn ihr das auch beim richtigen Video gemacht habt, seid ihr nächste Woche der Gewinner. Und ich habe auch einen Ultimate Game Freak schon angeschrieben über Instagram. Er möchte nicht, dass sein Kanallink halt geteilt wird, weil er hat keine Videos und gar nichts. Und von daher ist das für euch die Chance natürlich nächste Woche, wenn ihr selber einen YouTube Kanal habt. Und viele unserer Abonnenten haben das ja. Dann schreibt doch einfach dazu, dann, wenn ihr gewonnen habt, ob ich den Kanallink mit veröffentlichen soll, mit also für euch noch ein bisschen Werbung mache. Gut, das war es jetzt von mir. Heute bist du ja Bescheid. Tekken 7, Folge 3. Und in FIFA, die Dominatoren schlagen wieder zu. Und dann mit den beiden Videos wünsche ich euch ganz viel Spaß, wünsche euch einen schönen Tag. Ihr merkt, mir geht es noch nicht wirklich besser von der Erkältung her. Aber ich bin natürlich auch für euch da. Wenn irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch noch eine geile Woche. Bis nächste Woche dann. Euer Rob.